Alles ist dual. Alles hat Pole. Alles hat sein Paar von Gegensätzen. Gleiches und Ungleiches sind dasselbe. Gegensätze sind identisch in ihrer Natur, aber unterschiedlich im Grad. Extreme treffen aufeinander. Alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten. Alle Paradoxe können versöhnt werden. Das Kybalion. Das große vierte hermetische Prinzip, das Prinzip der Polarität, verkörpert die Wahrheit, dass alle manifestierten Dinge, zwei Seiten, zwei Aspekte, zwei Pole, ein Paar von Gegensätzen haben, mit mannigfaltigen Graden zwischen den beiden Extremen. Die alten Paradoxer, die den Verstand der Menschen schon immer verwirrt haben, werden durch das Verständnis dieses Prinzips erklärt. Der Mensch hat immer etwas Ähnliches wie dieses Prinzip erkannt und sich bemüht es in Sprüchen, Maximen und Aphorismen wie dem folgenden auszudrücken. Alles ist und ist nicht zugleich. Alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten. Jede Wahrheit ist halbfalsch. Alles hat zwei Seiten. Jedes Schild hat eine Rückseite. Und so weiter. Die hermetischen Lehren besagen, dass der Unterschied zwischen Dingen, die sich scheinbar diametral gegenüberstehen, lediglich eine Frage des Grades ist. Sie lehrt, dass die Paare von Gegensätzen versöhnt werden können und dass These und Antithese ihrer Natur nach identisch, aber ihrem Grad nach, verschieden sind. Und dass die universelle Versöhnung von Gegensätzen durch die Anerkennung dieses Prinzips der Polarität erfolgt. Die Lehrer sagen, dass dieses Prinzip in jeder Hinsicht und durch eine Untersuchung der wirklichen Natur von allem veranschaulicht werden kann. Sie beginnen damit, dass sie zeigen, dass Geist und Materie nur die beiden Pole ein und derselben Sache sind, wobei die dazwischenliegenden Ebenen lediglich Schwingungsgrade sind. Sie zeigen, dass das All-Eine und das Viele dasselbe sind, wobei der Unterschied lediglich eine Frage des Grades der mentalen Manifestation ist. So sind das Gesetz und die Gesetze die beiden entgegengesetzten Pole einer Sache. Das Gleiche gilt für Prinzip und Prinzipien. Unendlicher Verstand und endlicher Verstand. Dann gehen sie zur physischen Ebene über und veranschaulichen das Prinzip, indem sie zeigen, dass Wärme und Kälte in der Natur identisch sind, wobei die Unterschiede lediglich eine Frage der Grade sind. Das Thermometer zeigt viele Temperaturgrade an, wobei der niedrigste Pol Kälte und der höchste Hitze genannt wird. Zwischen diesen beiden Polen gibt es viele Grade von Hitze oder Kälte. Nenne sie beide und du hast gleichermaßen recht. Der höhere von zwei Graden ist immer wärmer, während der niedrigere immer kälter ist. Es gibt keinen absoluten Standard. Alles ist eine Frage des Grades. Es gibt keinen Punkt auf dem Thermometer, an dem die Wärme aufhört und die Kälte beginnt. Es ist alles eine Frage höherer oder niedrigerer Schwingungen. Die Begriffe hoch und niedrig, die wir gezwungen sind, zu verwenden, sind nur Pole ein und derselben Sache. Die Begriffe sind relativ. So verhält es sich auch mit Ost und West. Wenn sie in östlicher Richtung um die Welt reisen, erreichen sie einen Punkt, der an ihrem Ausgangspunkt als Westen bezeichnet wird und kehren von diesem westlichen Punkt zurück. Reist man weit genug nach Norden, findet man sich im Süden wieder. Oder andersherum. Licht und Dunkelheit sind Pole ein und derselben Sache, mit vielen Graden dazwischen. Die musikalische Skala ist die gleiche. Beginnend mit dem C bewegt man sich aufwärts, bis man ein anderes C erreicht. Und so weiter. Wobei die Unterschiede zwischen den beiden Enden der Skala die gleichen sind. Mit vielen Graden zwischen den beiden Extremen. Die Farbskala ist die gleiche. Höhere und niedrigere Schwingungen sind der einzige Unterschied zwischen hochviolett und tiefrot. Groß und klein sind relativ. Das gleiche gilt für laut und leise. Hart und weich folgen der Regel. E-Positiv und Negativ sind zwei Pole ein und derselben Sache, mit unzähligen Abstufungen dazwischen. Gut und schlecht sind nicht absolut. Wir nennen ein Ende der Skala gut und das andere als schlecht. Oder ein Ende als gut und das andere als böse. Je nachdem, wie man die Begriffe verwendet. Ein Ding ist weniger gut als das höhere Ding auf der Skala. Aber dieses weniger gute Ding ist wiederum mehr gut als das nächst tiefere. Und so weiter. Wobei das mehr oder weniger durch die Position auf der Skala bestimmt wird. Und so ist es auch auf der geistigen Ebene. Liebe und Hass werden im Allgemeinen als Dinge betrachtet, die einander diametral entgegengesetzt sind. Völlig verschieden. Unvereinbar. Wenden wir jedoch das Prinzip der Polarität an. So stellen wir fest, dass es so etwas wie absolute Liebe oder absoluten Hass, die sich voneinander unterscheiden, nicht gibt. Die beiden sind lediglich Bezeichnungen für die beiden Pole ein und derselben Sache. Wenn wir an einem beliebigen Punkt der Skala beginnen, finden wir mehr Liebe oder weniger Hass, wenn wir die Skala hinaufsteigen. Und mehr Hass oder weniger Liebe, wenn wir hinuntersteigen. Und das gilt unabhängig davon, an welchem Punkt, ob hoch oder niedrig, wir beginnen. Es gibt gerade der Liebe und des Hasses und es gibt einen mittleren Punkt, an dem Gleichheit und Abneigung so schwach werden, dass es schwierig ist, zwischen ihnen zu unterscheiden. Und es ist diese Tatsache, die es dem Hermetiker ermöglicht, einen geistigen Zustand in einen anderen umzuwandeln. Und zwar nach dem Prinzip der Polarisierung. Dinge, die zu verschiedenen Klassen gehören, können nicht ineinander umgewandelt werden. Aber Dinge derselben Klasse können verändert werden. Das heißt, ihre Polarität kann verändert werden. So wird die Liebe niemals zu Ost oder West oder zu Rot oder Violett. Aber sie kann und wird oft zu Hass. Und ebenso kann Hass in Liebe umgewandelt werden, indem man seine Polarität ändert. Mut kann in Furcht umgewandelt werden und umgekehrt. Harte Dinge können weich gemacht werden. Stumpfe Dinge werden scharf. Heiße Dinge werden kalt. Und so weiter. Wobei die Umwandlung immer zwischen Dingen der gleichen Art in verschiedenen Graden stattfindet. Nehmen wir den Fall eines ängstlichen Menschen. Indem er seine geistigen Schwingungen entlang der Linie von Furcht und Mut erhöht, kann er mit dem höchsten Grad von Mut und Furchtlosigkeit erfüllt werden. Ebenso kann sich ein Trägermensch in ein aktives, energiegeladenes Individuum verwandeln, indem er sich einfach entlang der Linien der gewünschten Qualität polarisiert. Der Student, der mit den Prozessen vertraut ist, durch die die verschiedenen Schulen der Mentalwissenschaften Veränderungen in den mentalen Zuständen derjenigen bewirken, die ihren Lehren folgen, wird das Prinzip, das vielen dieser Veränderungen zugrunde liegt, nicht ohne weiteres verstehen. Wenn man jedoch das Prinzip der Polarität einmal begriffen hat und sieht, dass die mentalen Veränderungen durch eine Veränderung der Polarität, ein Gleiten entlang der gleichen Skala hervorgerufen werden, versteht man den Hutmacher ohne weiteres. Die Veränderung liegt nicht in der Natur einer Umwandlung einer Sache in eine völlig andere, sondern ist lediglich eine Veränderung des Grades in denselben Dingen. Ein sehr wichtiger Unterschied. Um eine Analogie aus der physischen Ebene zu gebrauchen, ist es zum Beispiel unmöglich, Hitze in Schärfe, Lautstärke, Erhabenheit und so weiter zu verwandeln. Aber Hitze kann leicht in Kälte umgewandelt werden, indem einfach die Schwingungen gesenkt werden. Auf die gleiche Weise sind Hass und Liebe ineinander überführbar, ebenso wie Angst und Mut. Aber Furcht kann nicht in Liebe umgewandelt werden, noch kann Mut in Hass umgewandelt werden. Die mentalen Zustände gehören zu unzähligen Klassen, von denen jede Klasse ihre Gegenpole hat, entlang derer eine Transmutation möglich ist. Der Schüler wird leicht erkennen, dass sowohl in den mentalen Zuständen als auch in den Phänomenen der physischen Ebene die beiden Pole als positiv bzw. negativ klassifiziert werden können. So ist die Liebe positiv gegenüber dem Hass, der Mut gegenüber der Angst, die Aktivität gegenüber der Nicht-Aktivität. Und es wird auch auffallen, dass selbst für diejenigen, die mit dem Schwingungsprinzip nicht vertraut sind, der positive Pol einen höheren Grad zu haben scheint als der negative und ihn ohne weiteres dominiert. Die Tendenz der Natur geht in Richtung der dominierenden Aktivität des positiven Pols. Neben der Veränderung der Pole der eigenen mentalen Zustände durch die Kunst der Polarisation zeigen uns die Phänomene der mentalen Beeinflussung in ihren vielfältigen Phasen, dass das Prinzip so erweitert werden kann, dass es auch die Phänomene der Beeinflussung eines Geistes durch einen anderen umfasst, über die in den letzten Jahren so viel geschrieben und gelehrt worden ist. Wenn man versteht, dass mentale Induktion möglich ist, das heißt, dass mentale Zustände durch Induktion von anderen erzeugt werden können, dann können wir leicht sehen, wie eine bestimmte Schwingungsrate oder Polarisierung eines bestimmten mentalen Zustandes einer anderen Person mitgeteilt werden kann und ihre Polarität in dieser Klasse von mentalen Zuständen dadurch verändert wird. Nach diesem Prinzip werden die Ergebnisse vieler mentaler Behandlungen erzielt. Zum Beispiel ist eine Person blue, also melancholisch und voller Angst. Ein Mentalforscher, der seinen eigenen Geist durch seinen geschulten Willen auf die gewünschte Schwingung bringt und so die gewünschte Polarisierung in seinem eigenen Fall erreicht, erzeugt dann durch Induktion einen ähnlichen mentalen Zustand in der anderen Person. Mit dem Ergebnis, dass die Schwingungen angehoben werden und die Person sich zum positiven Ende der Skala hin polarisiert, anstatt zum negativen, und ihre Angst und andere negative Emotionen werden in Mut und ähnliche positive mentale Zustände umgewandelt. Ein kleines Studium wird euch zeigen, dass diese mentalen Veränderungen fast alle auf der Linie der Polarisierung liegen, wobei die Veränderung eher ein Grad als eine Art ist. Das Wissen um die Existenz dieses großen hermetischen Prinzips wird den Schüler befähigen, seine eigenen mentalen Zustände und die anderer Menschen besser zu verstehen. Er wird erkennen, dass diese Zustände alle eine Frage des Grades sind. Und da er dies sieht, wird er in der Lage sein, die Schwingung nach Belieben zu erhöhen oder zu senken, seine mentalen Pole zu verändern und so Herr über seine mentalen Zustände zu sein, anstatt ihr Diener und Sklave. Und durch sein Wissen wird er in der Lage sein, seinen Mitmenschen auf intelligente Weise zu helfen und durch geeignete Methoden die Polarität zu verändern, wenn dies gewünscht wird. Wir raten allen Studenten, sich mit diesem Prinzip der Polarität vertraut zu machen, denn ein korrektes Verständnis desselben wird Licht auf viele schwierige Themen werfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und das Thema